Musik Glaube erwarten wir vor allem in Kirchen, wo PfarrerInnen von der Kanzel aus über vergangene Geschichten sprechen. Dabei passiert hier draußen, wo Menschen sich begegnen, so viel Glaube. Verkündigung ist in Kirchen, genauso wie an Orten der Begegnung. Mein Name ist Gianna Bayer, ich bin Diakonin für Konfi- und Jugendarbeit im Markrefflerland und heute bin ich an Orten der Begegnung, am Platz der Alten Synagoge und der Gaskugel in Freiburg. Gott, du hast uns geschaffen, als Wesen in Beziehung, nicht alleine und nicht unabhängig voneinander, sondern als Gemeinsames. Ich kann mich auf eine Seite einer Wippe setzen, aber wippen kann man nur zu zweit. Zeig mir, dass ich mich auch auf jemand anderen verlassen kann. Wenn ich es aus den Augen verliere, dann hoffe ich, du erinnerst mich daran, dass man zwar alleine leben, aber nicht alles schaffen kann. Amen. Wenn es um mich herum laut wird, fühle ich mich ganz ruhig. Menschen fallen sich in die Arme, stoßen mit einem lauten Prost auf das Leben an. Musik rahmt den Moment in Töne und lässt ihnen eine feste Erinnerung werden. Irgendwo fliegen Seifenblasen, die die Sonne reflektieren und einen kleinen Regenbogen werfen. Wenn es um mich herum laut wird, fühle ich mich ganz ruhig. Jedes Gesicht, das meine Augen einfangen, lächle ich an. In mir ist Ruhe, Kraft und Wärme. Ich fühle mich, als ob etwas meine Schulter berührt, wie die sanfte Hand einer Freundin, die sagt, ich bin zusammen mit dir hier und da bleiben wir. Wenn es um mich herum laut wird, fühle ich mich ganz ruhig. Wenn um mich herum die Menschen tummeln, dann erinnere ich mich an die Jünger Jesu, die nach seinem Tod die frohe Botschaft in die Welt getragen haben. Sie haben etwas erlebt, das sie so nachhaltig beeindruckt hat. Sie mussten es einfach weitersagen. Eine Botschaft, die so versöhnlich ist und voller Liebe. Sie sollte direkt in die Mitte des Menschengetümmels hineingerufen werden. Die Freunde Jesu haben sich hinter keinen Mauern versteckt oder in elitären Clubs. Sie sind rausgegangen an Orte der Begegnung. Orte wie dieser. Und ich will es auch mitnehmen. Das Feuer und die Energie dieser Botschaft. Gott, der sich mit uns Menschen versöhnt und wir, die wir zusammengehören. Gott, Schöpferin und Ursprung des Lebens. Du hast das Feuer in Jesu Jüngern entfacht, dass sie leidenschaftlich und unerbittlich davon erzählten. Auch in uns soll es weiter brennen. Uns zu einem gemeinsam machen. Alle Mauern einreißen und alles, was uns trennt. Segne uns, dreieiniger Gott. Lass uns Seifenblasen steigen lassen und Regenbogen darin erkennen. Amen. Jemand spricht davon, wie zufällig das Universum ist und unendlich und suspekt. Ich antworte voller Hoffnung und Wärme mit Gott. Wir geraten in scheinbar unendliche Tiefen, von Tod bis zur Erlösung. Worte, die schwer sind, aber energiereich und beflügelnd zugleich. Über Sinn und Wert zu Schöpfung und der Beziehung zueinander. Von dir zu mir, von Mensch zu Mensch. Mit jedem Wort, das meine Lippen verlässt, werde ich stärker in meinem Vertrauen auf Gott. Noch während ich spreche, bemerke ich, wie mein Herz dafür brennt. Wie gut und richtig und frei es sich anfühlt. Mein Gegenüber schenkt mir ein breites Lächeln. Dankbar und etwas überrascht. Überrascht, so viel Energie zu sehen. Und dankbar, diesen Gedanken mit nach Hause zu nehmen. Johannes Matthias Michel ist ein Multitalent. Kirchenmusiker an der Christuskirche in Mannheim, stellvertretender badischer Landeskirchenmusikdirektor. Als Professor unterrichtet er an Musikhochschulen und leitet mehrere Chöre. Außerdem ist er Konzertpianist und Komponist. Jetzt ist Johannes Matthias Michel auch unter die Autoren gegangen und hat einen Kriminalroman geschrieben. Tod im Fernwerk lautet der Titel. Und wie könnte es anders sein? Der Krimi spielt im Orgelmilieu. Ich hatte die Idee, einen Krimi zu schreiben, um die Leute eigentlich für die Orgel und ihre Klänge zu begeistern. Denn die Steinmeierorgel von 1911 ist hier vor Ort vor 20 Jahren, als wir anfingen, gar nicht besonders bekannt gewesen. Es war nicht im Bewusstsein, welchen Schatz, welchen wunderbaren Schatz wir hier haben. Und da schien mir doch ein Krimi eine unterhaltsame Form über dieses Kunstwerk, die Kunstwerke der Kirche, aber auch eben die phänomenalen Klänge, die man hier mit der entsprechenden Orgelmusik erzeugen kann, zu beschreiben und die Leute dafür zu interessieren. Im Krimi geht es um den Assistenzorganisten Harald Schopfenlänger. Der stößt beim Musizieren auf einen technischen Defekt. Er läuft zum Fernwerk einer kleinen Orgel, die im Dach über dem Kirchenraum liegt und findet dort seinen ermordeten Chef Hans-Dieter Gauss. Die Polizei tappt im Dunkeln. Also macht sich Schopfenlänger selbst auf die Suche nach dem Mörder. Er fragt sich, womit sich sein toter Vorgesetzter in letzter Zeit beschäftigt hat. Und siehe da. Sein Chef hat in den letzten Monaten und Jahren historische Recherchen angestellt, vor allem über Personen, die auch mit der Kirche und der Kirchenmusik hier zu tun haben. Und diese verschiedenen historischen Recherchen, die machen es natürlich möglich, hier viel zu beschreiben, viele Dinge zu erwähnen, viele Dinge unter die Lupe zu nehmen. Und es gibt natürlich Irrwege, die ins Leere führen, aber irgendwann ist dann auch die richtige Spur dabei. Für seinen Roman geht auch Johannes Matthias Michel auf Spurensuche, wälzt viel Literatur und recherchiert ausführlich über historische Personen der Christuskirche. Eine dieser Personen findet sich in der Figur des Albert Langer im Krimi wieder. Einem Vorgänger des ermordeten Hans-Dieter Gauss, der im Roman während der Nazizeit als Kantor tätig ist und 1945 spurlos verschwindet. Diese Romanfigur lehnt sich an, an den Organisten und Kirchenmusiker Arno Landmann, der tatsächlich hier in Mannheim tätig war und der aber nicht verschwunden ist und eines natürlichen Todes gestorben ist und so weiter und so weiter. Also da gehen historische Fakten und Fiktion dann eine Liaison ein. Ich habe mich mit meinem Amtsvorgänger Arno Landmann schon als Student beschäftigt, weil er als glänzender Organist und, sag ich mal, mittelguter Orgelkomponist einfach in eine Zeit fällt, mit der ich mich auch beschäftigt habe und weil er natürlich mit seiner Verstrickung in den Nazismus für mich eine interessante Figur war insofern. Es existiert ein Foto von 1911, auf dem der junge Arno Landmann auf vier Manualen gleichzeitig spielt. Das heißt, er spreizt die Hände so weit, dass er über vier Ebenen auf der Orgeltastatur spielt. Ein Showbild, sagt Michel, das in der damaligen Zeit sehr beliebt war und als Szene ebenfalls Einzug in den Krimi hält. Sein Buch ist nicht nur eine spannende Kriminalgeschichte, sondern eine Hommage an die Orgelmusik. Die Orgelmusik führt im Musikleben immer noch ein Nischendasein und das ist nach meiner Meinung unberechtigt, denn es gibt so fantastische und großartige Werke, aber vielen Menschen fehlt der Zugang. Und durch meine Beschreibungen, nicht wissenschaftliche Beschreibungen, sondern emotionale Beschreibungen von auch komplizierten Orgelwerken, versuche ich also Menschen neugierig zu machen auf diese Musik. Das Konzept geht auf. Bei einer Lesung in den Gemeinderäumen der Christuskirche finden sich viele begeisterte Krimi-Fans, die sich nicht nur vom Plot, sondern insbesondere auch von den musikalischen und historischen Details in Michels Krimi angesprochen fühlen. Also ich habe das Buch natürlich sofort gekauft, als der Johannes das vorgestellt hat. Gelesen habe ich es aber noch nicht. Ich wollte natürlich mehr nicht die Pointe heute nehmen lassen. Aber ich muss sagen, ich habe heute sehr viel gelernt, auch über die Kirchenmusik allgemein und hat total viel Spaß gemacht. Ja, ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich habe es gleich zweimal gekauft, einmal für mich, einmal zum Verschenken. Und ich fand es ganz super. Also für mich ist es natürlich spannend, einfach weil ich hier arbeite, weil ich mich hier ständig bewege, weil es immer nett ist, finde ich, wenn man in Büchern Orte wiederfindet, die man kennt. Noch dazu so gut wie jetzt hier. Und weil natürlich diese Geschichte auch sehr eng verwoben ist eben mit dieser Kirche und mit der Kirchenmusik an diesem Ort. Die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer heute Abend haben eine persönliche Verbindung zur Christuskirche. Doch für den Roman sei die Lokalität unerheblich, so der Autor. Also der Hauptspielort dieses Krimis, die Christuskirche in Mannheim, aber auch die Nebenschauplätze werden von mir nicht genannt. Der Leser muss es erraten oder muss rätseln, er muss mitverfolgen. Ich halte das für ein literarisches Element, das ich benutze, um die Spannung zu erhöhen. Für Menschen hier aus der Region, die das Buch lesen, steigt dadurch die Spannung, wer in Berlin oder München das Buch lest, für den ist es unerheblich. Über 20 Jahre feilt Johannes Matthias Michel an seinem Kriminalroman. Lange existiert er nur in der Schublade. Letzten Sommer schreibt er dann endlich den Schluss. Die Veröffentlichung lässt nicht lange auf sich warten. Doch der Verlag, in dem das Schriftstück erscheint, ist für einen Krimi doch eher ungewöhnlich. Denn hier werden normalerweise nur Musikkompositionen verlegt. Ich habe sehr gute Verbindungen zum Strube Verlag in München. Das ist quasi mein Hausverlag, der einen großen Teil meiner Kompositionen veröffentlicht hat. Und so war es natürlich für die Verleger leicht zu entscheiden, dass sie, wo der Komponist jetzt zum Krimi-Autor mal kurzfristig vielleicht gewechselt hat, auch diesen Krimi in Verlag nehmen, zumal es sicherlich in Organistenkreisen, und das sieht man auch jetzt schon am Verkauf, dieses Buch auf Interesse stößt und viel Freude auslöst. Alle Orgelkompositionen, die im Roman eine Rolle spielen, spielt Johannes Matthias Michel nach und nach ein. Nachzuhören auf einem eigens eingerichteten YouTube-Kanal. Wer letztendlich der Mörder ist, verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Aber so viel sei gesagt, das nächste Buch von Tausendsassa Johannes Matthias Michel ist schon in der Mache.